Herr Minister, Frau Staatssekretär, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir das erreichen wollen, was hier in diesem Bundesfinanzrahmengesetz festgehalten ist, dann braucht es Mut, nämlich den Mut zu reformen. Dass die Bundesregierung imstande ist, Reformen zeitgerecht auf den Weg zu bringen, haben wir gezeigt, hat die Bundesregierung gezeigt, bei der Steuerreform. Ein erster, ein wichtiger Schritt. Und auch in der Vergangenheit, Kollege Schied hat es angesprochen, ist es gelungen, das, was wir prognostiziert haben, auch einzuhalten. Was wollen wir in der Zukunft? Wir wollen ein nachhaltiges, strukturelles Nulldefizit. Wir wollen ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Und um das zu erreichen, stehen wir als österreichische Volkspartei für Reformen. Wo stehen wir jetzt? Es ist durch Disziplin und eine nachhaltige Arbeitsweise gelungen, 2014 tatsächlich ein strukturelles Nulldefizit zu schaffen. Und die Verschuldungsquote hat nicht die Höhe von 86 Prozent erreicht, aber immerhin 84,5 Prozent. Also kein Anlass, dass man sich zurücklehnen könnte. Aber strikter Budgetvollzug. Ein strenges Regime bei der Entnahme von Rücklagen. Auch der Verzicht auf große, teure neue Projekte. Und das Stabilitätspakt mit den Gemeinden und den Bundesländern hat dazu geführt, dass das erreicht werden konnte. Das gilt es nun mit diesem Bundesfinanzrahmengesetz fortzusetzen, um auch in den Jahren 2015, 2016 dieses strukturelle Nulldefizit zu schaffen. Klar ist dabei, dass wir ausgabenseitig etwas zu tun haben. Wir haben gesamtstaatlich 164 Milliarden an Einnahmen. Dem stehen Ausgaben von 172 Milliarden gegenüber. Also was haben wir? Kein Einnahmenproblem, sondern eindeutig eines auf der Ausgabenseite. Und die Bundesregierung hat auch eine Verpflichtung, wenn sie hier ausgabenseitig etwas zu machen hat, dass sie nicht bei den Bürgern, sondern im eigenen Bereich spart. Und dazu brauchen wir Reformmaßnahmen. Wir brauchen Reformen im Bereich der Verwaltung, im Bereich der Förderungen, beim Arbeitsmarkt und auch bei den Pensionen. Denn gerade im Pensionsbereich zeigt sich hier meines Erachtens schon eine Entwicklung, wo wir dringend, dringend Handlungsbedarf haben. Und es konnte festgelegt werden, bis 29. Februar 2016 hier einmal diese Evaluierung zu haben, ohnehin ein langer Zeitraum, sage ich, um hier, wenn es notwendig ist, zu einer Anhebung des Pensionsantrittsalters zu kommen. Es geht hier nicht darum, sage ich den Pensionisten, die hier sind, den Senioren, nicht darum, in bestehende Pensionen einzugreifen. Das sicher nicht. Worum es geht, ist die Sicherung von Pensionen für die Jüngeren. Und auch das ist unsere Pflicht, meine Damen und Herren. Denn wir haben hier nach wie vor Sonderregelungen, wo wir leider zu wenig darauf reagieren, wenn uns der Rechnungshof Fakten vorlegt. Zum Beispiel der vorliegende Rechnungshofbericht zu den ÖBB-Pensionen. Der bestätigt das, was ich immer gesagt habe, und worüber auch noch so gut inszenierte Pressekonferenzen vom Generaldirektor Kern nicht hinwegtäuschen können. Schönwetter-Pressekonferenzen helfen nichts, wenn wir ein Problem haben. Von 2002 bis 2013, sagt der Rechnungshof, und ich zitiere jetzt, haben wir folgende Entwicklung, dass das faktische durchschnittliche Pensionsantrittsalter der Bundesbahnbeamten auf 52,49 Jahre sich belaufen hat. Obwohl die Pensionsreform für den Bundesbahnbeamten gleichzeitig mit jenen der Bundesbeamten erfolgt ist und der Anstieg des erforderlichen Pensionsantrittsalters und der erforderlichen Gesamtdienstzeit mit sich brachten, blieb, sagt der Rechnungshof, das durchschnittliche Pensionsantrittsalter der Bundesbahnbeamten in diesem Zeitraum weitgehend gleich niedrig. Auch wurde die Differenz zwischen dem gesetzlichen und faktischen Pensionsantrittsalter der Bundesbahnbeamten immer größer. Eigentlich ein Zustand, wo wir alle sagen müssten, wir müssen handeln. Dem Steuerzahler kosten im heurigen Jahr 2,1 Milliarden, 2.100 Millionen mit steigernden Tendenz. Im Jahr 2005, also vor zehn Jahren, war der Betrag bei 1,7 Milliarden, 1.700 Millionen. Die Steigerung ist genau die Größenordnung vom Gesamtbudget vom Außenministerium, das Österreichs Interessen weltweit zu vertreten hat. Das ist dort die Steigerungsrate, was ein Ressort im Gesamten zur Verfügung hat, nur um die Größenordnung festzuhalten. Und ich könnte hier auch anführen, natürlich die Bundeshauptstadt Wien, wo auch der Rechnungshof in seinem letzten Bericht klare Worte findet. Es ist Fritz Neugebauer einer, der immer wieder hier gegeißelt wird. Er hat aber auf Bundesebene diese Reform mitgemacht, die die Bundeshauptstadt Wien bis heute nicht nachvollzogen hat, obwohl der Bürgermeister von Wien, Kollege Schied, obwohl der Bürgermeister von Wien mit seiner Unterschrift den Finanzausgleich mit unterzeichnet hat. Nur er macht das nicht, was er unterschrieben hat. Er gibt sogar recht flotte Sager Richtung Finanzminister, wenn Sie daran erinnern, wenn der Rechnungshof sagt, 350 Millionen Euro, 350 Millionen Euro gehen hier verloren. In Wien im Schnitt geht man mit 57 in Pension, die Bundesbeamten, Rechnungshofbericht, mit 60. Nur drei Jahre kosten etwas. Daher sage ich Ihnen, wir haben hier bei diesen Sonderregelungen in erster Linie anzusetzen, aber dann auch insgesamt unser System anzusehen, um hier auf Ausgabenseite etwas zu machen, damit wir dann auch Geld zur Verfügung haben, wenn es darum geht, unser Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Das ist vorgesehen in diesem Bundesfinanzdrahmen für Bildung, für Universitäten, für Forschung, für Infrastruktur. Immerhin ein Betrag von im Rahmen dieses Wissenschaftspaketes nur in diesem Bereich von 920 Millionen Euro. Das ist wichtig. Also dort einsparen, wo man einsparen kann, um dort auszugeben, wo es nötig ist, dass Österreich an der Spitze in Europa bleibt. Das ist das Ziel dieses Bundesfinanzrahmens. Ich bedanke mich beim Finanzminister für die Vorlage, denn wir halten hier Maastricht-Kriterien ein und wenn wir diszipliniert sind, schaffen wir tatsächlich dann 2019 das, was unser Ziel sein sollte, ein Nulldefizit. Um ein Nulldefizit zu erreichen, muss aber bei den Ausgaben gespart werden. Deshalb sind Reformen in der Verwaltung, beim Arbeitsmarkt und bei den Pensionen dringend nötig, sagte der ÖVP-Club-Chef.